hau ab du tödl du nullnummer und gib mir leben ja speicherpunkt drei halleluja für das gibt's ein teabag war mehr kleiner so kann man arbeiten ich nehme kontakt das geile ist dass mafiosi so bullen sich gegenseitig in die fresse haben das finde ich geil scheiße manchmal ist da was drin darum geh da immer rein hey hau ab hat er hau ab er kapiert genau wenn man das noch ein bisserl aufheben da den hiel vielleicht die zuerst machen und dann schauen wir weiter er bleibt da das kräume uns in hili gott sei dank man hat uns gott ne pump kann What the fuck? Ich hoffe, er geht nicht. Hau ab. Er kapiert es nicht. Er ist ein bisschen doof, glaube ich. Sicher, Merkel wähler. Weg ist er. So. Schauen wir mal dezent da runter. Weg da mit dem Tisch. Und Level. Mission accomplished. Jetzt sind wir beim Nazi-Huhrboot. Beim Zombie-Nazi-Huhrboot. Zumindest sieht das irgendwie dann auch aus. Ey, das ist da eine Artie. Das ist da eine Artie. Das ist da eine Artie. So what are you monkeys doing? There's only one monkey here, Mr. Vinnie. And that is you. How the hell do you know my name? You don't get it, little man. You came straight to this place just as we have planned. We have special plans with you back in Germany. So there's no need for violence. If you just come aboard quietly. Oh, yeah? You better have a freaking army ready if you want to put me and that thing alive. Ever hide in the Wehrmacht? We got about a million soldiers. Nazis, take you. Nazis, schnapp den euch. Ja, die können gar nicht kommen. You think you're back? You meet my ex-wife. Oh, Rocket Launcher. Da sind wir dabei. Die Offiziere da sind ein bisschen kack, aber sonst geht's. Die Allies sind hier, zwei Arms. Oh, yeah. Da ist überall ein Rocket Launcher. Ich muss den mal testen. Ich verwende die eigentlich gar nicht. Ich nehme die eigentlich nur für Bossfights. Oh, scheiße. Wieso kriege ich hier so viele Rocket Launcher? Das muss nur einen Grund haben, hä? Das ist sehr verdächtig. Die kriege ich doch nicht umsonst. Gefällt mir gar nicht hier. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt weiß ich warum. Oh, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Just fuck you. Oh, mein Rocket Launcher. Wow. Wo muss man da hinschießen? Die Kanone da, oder was? Oh, alter. Ey, das ist doch assig. Wow. Alter, fickt euch. Das Maul. Das Maul. Ja, das ist wirklich. Die Kanone muss ich treffen. Scheiße. Alter. Das Maul gibt's. Dreck super. Wow. Scheiß Dreck. Alter, sind die krass drauf. Oh, hier war mehr Schuss. Ja, genau. 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 Alter, ich muss doch durch hier. Ihr Pisser. Jö, 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 jö. Die haben's aber nötig, ey. Oh, du Scheiße. Voll daneben. Ah, was nehmen wir da? Das da. Ah, das krieg ich doch nie hin. Wow. Ne. Also, da brauche ich mehr, wenn nur einen Schuss mit dem Granat Launcher. Oh Gott. Geh mal her, da. Das Ding da. Ja gut, das mit dem Leben, das müssen wir sie aufheben. Das habe ich schon mitgekriegt. Wir heben sie das Leben einfach auf, ne. Für nachher. Dann geht das schon. Vielleicht ein bisschen aiming. Warte mal. Alter. Sind ein bisschen krass drauf. Scheiße. 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 Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße, scheiße! Oh, wie soll man die schaffen, hey? Holy... Da gibt jetzt nochmal Schläge da, hey. X-Turn. Oh Gott, Alter. Mega-assig, ey. Wow. Wow. Fuck, yo. Aber Flammenwerfer geht auch. Flammenwerfer macht gut Damage. Oh, da kommen die Lugwörter mit. Scheiße. Oh, mühselig. Oh, scheiße. Oh, da chillt du mal. Alter. What the fuck. Oh, den ersten habe ich. Gott. Die verarschen mich doch. Wow. Das ist das Gute. Das MG ist besser wie die anderen. Warfgen kommt mir vorher. Wenn ich ihn mal treffen würde. Aua. Au. Alter, chillt doch mal. Ey, ihr Pisser. Wenn du einmal getroffen wirst, wirst du hundertmal getroffen. Da kommst du nicht mehr durch dann. So, was ist jetzt mit dem? Warte mal, ich habe neun Rocket Luncher. Oh, das macht man immer so. Verhalte ich die mal kurz? So. Alter. Wart ihr mich nicht verarschen. Wir sind da. Drecksding da her. Oh, scheiße. Aiming? Aiming. Komm her. Oh, das ist ja extrem. Ey, halt ruhig. Ey. Alter, die geben mir ja Gasse. Oh. Scheiße. Ich brauche einen MG. Das ist die einzige gescheite Waffe hier. Oh, der zieht durch, Leute. Der zieht durch. Alter, der grillt mich. Scheiße. Oh, der gibt Stoff. Ehrlich, ey. Boah. Die übertreiben sie ein bisschen. Fuck you. Fuck you. Mir geht dem noch nie aus, ne? Warte mal, da ist mir noch. Er. notesm eh. Sieh. Also. nach. Ich kriege dir nichts. Geh. 值 dich. Ich kriege dir da прош fish. Ich kriege dir noch. 星�. Oh, wenn der nicht so lästig wäre, dann könnte man das fast hinkriegen, ne? Wie geht dem Muni aus? Oh, den hab ich auch. Oh, mein Gott. Ziemlich brutal, he. Den krieg ich auch noch hin. Du blödes U-Boot, komm her. Oh, gefickt eingeschädelt. So, hoffentlich ist das jetzt gewesen. Gott. Ich muss aufreden. Oh, geschafft. Heilige Lalleluja. Oh, ho, 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 ho. Hey, ich habe ein altes B-17 in der Hangar, das kann die Europäische Reise machen. Wir müssen schnell gehen. Okay, lasst es. Wir müssen mich überrasen. Vinny, schau mal, die Allies landen auf die Pläne in Normandie. Wir sind hier. Ich weiß nicht, wie lange ich kann das Ding in der Luft halten. Wir werden uns überrasen, Vinny. Na, ich werde nicht allein sterben. Wir sind hier. Hier, ich bin! Wer ist das? So, die holen wir schon runter, da. Wer ballert da so blöde? Was haben wir denn? Die üblichen Waffen. So, haben wir schon. Sind das meine? Nehm mal an, dass meine sind. Wow! Scheiße! Enemy Contact! Genau! Wow! Oh, der mit seinem Mörser gibt mir einen Sack. Jetzt kannst du vergessen, den Mörser. I have a field day with you. So. Give me life! Dankeschön! Sweet home! Oh scheiße, Rapid Launcher, ganz ungut. Geiles Setting. Das Game ist wirklich besser wie der erste Teil. Und der war schon nicht schlecht. Einfach ein Spaß-Gamechen. Der wilde Sau-Ballerei! Hey! Hey, du Sau-Ballerei! Hey! Das lassen wir jetzt aber. Ich brauch Leben. Scheiße, ich brauch Leben. Ich brauch Leben! Ich brauch ein neues Leben. Boah, da verlierst Leben hierher. Attacke! Ey! Xack. Scheiße Mörser. Das ist ein Pisser, habt ihr das gesehen? Meine Jungs müssten auch mal ein bisschen was machen. Die machen jetzt nichts. Oh! Scheiße. Ich verliere zu viel Leben. Nämlich mal ein Problem. Ich verliere viel zu viel Leben. Oh, die fette Kanone. Muss ich loswerden? I love Sir Commandos Uniform. So, das hält man. Oh, ist das giftig. So, die Dicke da muss ich auch noch loswerden. Aber wenn ich da jetzt raufhüpfe, bin ich tot. Ich brauche Leben. Wir müssen zuerst Leben holen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018